Wenn ihr wissen wollt, wie ihr diese Anhänger selber machen könnt, dann bleibt jetzt dran. Herzlich willkommen in meiner Kreativmanufaktur. Ich bin's wieder, Eure Sonja und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. So, es ist schon wieder Ostern. So schnell geht's. Also, ich dachte, ich mache für euch ein schönes Ostervideo und zeige euch mal, wie ich solche Anhänger selber mache. Das ist nämlich ganz einfach. Und so habt ihr eine süße Kleinigkeit als Gastgeschenk oder Tischdeko. Also ihr könnt es dann zum Beispiel auch so nett auf Sowjetten und so drauflegen. Dann freut sich jeder. Und ja, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Genau. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich habe viele gute Tipps für euch und wir sehen uns gleich wieder. Was benötigst du alles, um diese schöne Osterdeko selber herzustellen? Dann Chasmonite. Passende Silikonformen. Eine Silikonmatte zur Unterlage. Eine Atemschutzmaske. Becher und Spatel zum Anrühren. Schleifpapier. Latex- oder Nitril-Handschuhe. Eine Feinwaage zum Abwiegen. Pulverpigmente. Oder Acrylfarben zum Einfärben. So, ich habe mir das jetzt mal so, ja, 60 Gramm Pulver, 24 Gramm Liquid abgemessen und rühre das unter. Es wird ein bisschen viel sein für eine Form, aber ich habe hier auch noch eine Kreuzform liegen und die würde ich auch gern gießen. So, ihr rührt das gut unter. Das habe ich ja schon in anderen Videos erklärt. So, das ist ganz einfach gemacht. Anrühren. Und ihr seht, ich habe hier normale Latex-Handschuhe. Das geht da auch gut. Und die Maske braucht ihr hier einfach nur wegen dem feinen Staub von dem Pulver. Also, ja, da könnte da auch eine ganz andere Maske sein. Aber ich habe die halt eben durchs Epoxidharz. So, genau. Jetzt mische ich da gleich ein bisschen um. Und ich färbe das jetzt mit dem rosa, mit der rosa Acrylfarbe ein. Und dann habe ich von Choose Yourself so ein silbernes, ja, Pigmentpulver. Und da bekomme ich immer so eine schöne Betonfarbe hin. So, nochmal ein bisschen rein. Das ist super ergiebig. Ich habe da echt ein bisschen viel genommen. Also, man könnte auch ein bisschen sparsamer umgehen. Aber, naja, ich eskaliere irgendwie immer mit den Farben. Genau. Und jetzt rühre ich das unter. Und ihr seht schon, das gibt halt gleich so eine schöne Farbe hin. Ah, ich mag das total. Schön unterrühren, dass die ganzen Farbpigmente aufgelöst sind. Da müsst ihr ein bisschen länger rühren. Also, im Verhältnis jetzt zum Anmischen. Manchmal bilden sich so kleine, ja, wie soll ich sagen, Bläschen, wo dann Pigmentpulver drin ist. Die platzen dann beim Rühren. Also da einfach gut umrühren und dann passt es auch schon. Seht ihr, jetzt ist das Betonfarben und es schimmert auch noch so schön. So. So, genau. Gleich noch ein bisschen sauber machen. Gut. Dann schüttel ich die Acrylfarbe und mache da einfach einen kleinen Klecks voll rein. Das ist natürlich der Vorteil, weil Jasminite eben mit Farben auf Wasserbasis kein Problem hat. Und dann kann man das auch so einfärben. So. Das sind auch die gleichen Farben, die ich zum Dotpainting nehme. Also guckt euch mal die Farbe an. Boah, das ist voll cool. Und ich zeige euch da jetzt, wie ich eins gemacht habe. Und ich habe da noch ein paar weitere gemacht. Und da zeige ich euch lediglich noch das Ausformen. Also, ich habe die nach demselben Prinzip gemacht. Und ja, ihr seht ja dann die Ergebnisse. So. Ich mache da nicht alles rein. So. Ein bisschen verteilen. Ja, man muss ein bisschen zügig arbeiten da. Das ist, das wisst ihr ja, das zieht relativ schnell an. So. Und jetzt kommt das Rosa. So. Und jetzt ziehe ich da so schöne Schlieren rein. Oh. Das ist so eine coole Kombi. Ich finde einfach so grau. Und ja, soll ich? Ja, ja. Ich gehe rein. Ach, egal. Ich mag einfach grau mit Farben total gern. So. Genau, schön vermischen. So. Noch ein bisschen. Jo. Genau. Sag, wohin damit? Ah. Sag, ins Grau rein. Ach, egal. Jetzt mache ich noch ein bisschen grau rein. Und ähm. Ja, die Form war noch nicht so ganz voll. Aber ich bin da eher ein bisschen vorsichtig. Ich will die nicht so überfüllen. Sondern ähm. Ich möchte ja eher, dass die nachher schön glatt ist. Und ja. Ist ja noch ein kleines Special mit dabei. Und jetzt kommt noch ein bisschen rosa mit rein. Ah, das macht so Spaß. Und so habe ich sieben Stück gemacht. Ja. Und ich zeige euch dann einfach die Farben, weil die kommen ganz unterschiedlich raus. Und man hat dann irgendwann auch so den Dreh raus. Wie viel braucht man und so weiter. So. So. Genau. Klopfen, dass die Luftblasen rausgehen. Und dann habe ich ja noch Farbe übrig. Dann nehme ich das Kreuz her. Vorsichtig auf die Seite schieben. So. Und jetzt. Wäre ich mutig. Jetzt lege ich das rein. Oh Mann, ich mache immer irgendwie. Ja. Da muss man so aufpassen, weil die Form dann natürlich schnell voll ist. Also da müsst ihr echt mit Gefühl arbeiten. Und dann. Das sieht doch aus wie Zuckerguss, oder? Jetzt, wo ich das so sehe, das sieht aus wie so lecker Zuckerguss auf Keksen. Ja. Ich sollte vielleicht mal wieder backen. Hm. Ich könnte mal ein Backvideo für euch machen. Was haltet ihr denn davon? Hm. Ich kann echt gut backen. Aber. Ich habe noch nie mitgefilmt. Ich verschenke meine Kuchen immer. So. Okay. Das müsste reichen. Ich habe jetzt echt Lust auf Kuchen. Ja. Passend zu Ostern, ha? Ja. Ja, da bin ich dann immer so ein bisschen vorsichtig. Und ihr seht auch, ähm, durch diese Linie jetzt, dass das schon anfängt mit Anziehen. Also, ich hatte es relativ warm im Atelier. Also so 22 Grad. Und dann zieht das natürlich viel, viel schneller an. Genau. Und, ähm, ja. Na, ich dachte, ich mache hier auch noch ein bisschen Musch da rein. Ja, das sieht doch ganz cool aus. So. Noch ein bisschen. Ja. Da unten noch. Aber die Farbkombi finde ich echt cool. Also Grau mit Rosa gefällt mir schon sehr gut. So. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass es fest ist. Ja, das sieht gut aus. Vorsichtig lösen. Und. Ah, prima. Ging schon raus. Oh ja, das ist schön geworden. Ah, da hinten hat man es jetzt nicht so gesehen. Ja, da muss ich noch ein bisschen gucken. Wo mache ich gerade die Ränder? Breche ich so ein bisschen noch ab, solange es weich ist. Also. Ja, da hätte ich noch ein bisschen besser rühren können. So auf der Rückseite. Ist nicht ganz so durchgekommen. Ah ja, probiere ich beim nächsten. So, jetzt mache ich das auch. Oh nein. Oh nein. Oh, es ist gebrochen. Oh, da hätte ich noch warten müssen. Oh, das ist eigentlich schon fest. Aber das war noch nicht fest genug. Okay, meine Ungeduld. Also, ihr seht, zack, so schnell kann es passieren. Aber ich mache da noch was draus. Also, ihr wisst ja, ich schmeiße nichts weg. Oh, das wäre so hübsch gewesen. Mal schauen. Vielleicht kann ich es auch flicken. So, dann habe ich das Ganze mit Orange gemacht. Da habe ich ein bisschen viel Orange reingemacht. Aber ich zeige euch das nachher nochmal. Das wird ja noch angeschliffen. Also. Ja. Und wie sieht das aus? Ja. Dann habe ich es noch mit Gelb gemacht. Und da habe ich auch wieder ein Kreuz gemacht. Und habe tatsächlich länger gewartet. Das sieht eigentlich auch ganz cool aus, oder? Was sagt denn ihr? Wobei mir das erste im Moment noch am besten gefällt. Ja, geht es raus. Da ist auch die Rückseite. Aber die war schon besser. So. Und jetzt das Kreuz. Oh Gott. Wenn einmal was gebrochen ist, geht es euch auch so. Oh, ich habe dann so Schiss, dass das wieder bricht. Aber ich habe länger gewartet. Vorsichtig. Oh, zack. Juhu. Straußen. Perfekt. Sieht gut aus. Dann habe ich das Ganze mit Grün gemacht. Bunte Usch der Eier. Immer mit derselben Technik. Ja. Oh. Ich muss ein bisschen besser rühren. Dann mit Blau. Und da habe ich jetzt mal mutiger gerührt. Also mal schauen, ob das jetzt besser geworden ist. Ja. Schaut. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Okay. Also, das hat gut funktioniert. Voll cool. Jetzt habe ich das Ganze noch mit Turkis gemacht. Und ihr seht, auch vorne ist es schon ein bisschen wilder geworden. Jetzt hoffen wir, dass die Rückseite. Ja. Boah. Schaut euch mal die Maserung an. Das sieht doch super aus. Ja. Bin ich echt begeistert. Und wieder ein Kreuz. Oh. Boah. Lasst du die Kanten vorsichtig lösen. Ah ja. Das kommt schon von ganz alleine raus. Ja. Boah. Das ist auch toll geworden. Hey. Guckt euch mal das an. Ja. Das gefällt mir voll gut. Boah. Ja. Und jetzt noch eins in so Purple Farben. Oh ja. Das ist auch cool. Ja. Voll schön. Und auch noch mal ein Kreuz. Da habe ich ein bisschen zu viel reingegossen. Ja. Schön. Und jetzt kommt noch ein kleines Special. Ich habe ja einen Plotter seit ein paar Tagen. Und habe mir überlegt, ich mache für die Farben dazu noch einen Hase drauf. Ich mache da noch ein genaueres Video dazu. Wie das alles funktioniert. Und so weiter und so fort. Was ihr für Folien nehmen könnt. Was ihr damit machen könnt. Kommt noch ein Video. Aber jetzt mal im Schnelldurchlauf. Genau. Dann habe ich die getrockneten Ostereier angeschliffen. Einfach die obere Seite ein bisschen angeschliffen. Weil die war ein bisschen dunkler wie die untere Seite. Dann nutze ich meine Standbohrmaschine. Und habe da so ein Pad drauf. Und dann ohne Druck einfach nur so, dass es eben schön glatt wird, die Fläche. Und dass eben die Ränder, also auch das Material, das schrumpft auch so ein bisschen zusammen beim Trocknen oder beim Härten. Und das habe ich eben plan geschliffen. Und dann sind die Farben auch richtig schön rausgekommen. Also das könnt ihr aber auch von Hand machen. Also ich habe es bisher immer quasi von Hand gemacht. Und heute habe ich mir überlegt, ich probiere das mal, ob das funktioniert. Und das klappt super so. Ist natürlich toll, wenn man da beide Hände nutzen kann. Zieht da auf jeden Fall Handschuhe dazu an. Weil wenn ihr dieses Schleifpad mal auf die Finger bekommt. Ja, das spürt man dann. Also ich habe immer Handschuhe. Ich habe mehrere Handschuhe in Gebrauch. So verschiedene auch. Also das sind jetzt keine speziellen Schnittschutzhandschuhe. Aber das sind halt Schutzhandschuhe. Und ja, wenn ich mit dem Schleifbandgerät, also mit der Bandschleifmaschine arbeite, dann habe ich Schnittschutzhandschuhe an. Und die haben sich schon echt oft bezahlt gemacht. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich die schon durchgescheuert habe. Also, safety first. Ja. Das Ganze hat ein bisschen gedauert. Was ihr seht, ich kontrolliere da immer die Kanten auch. Und entgratert es so ein bisschen. Da geht er ein bisschen mit Gefühl dran. Also, wenn ihr sowas daheim habt. Ihr könnt auch mal, also viele Verwandte oder so von früher haben so eine Maschine noch. Also die ist schon recht alt. Aber die funktioniert. Und das sind mir immer die liebsten Geräte irgendwie. So, jetzt habe ich euch das mal schneller laufen lassen. Da bin ich schon ein Wäldchen dran gesessen. Und, ja, das wäre ja auch echt langweilig, wenn man das so die ganze Zeit anschauen müsste. Genau. So. Die Bandschiene wird noch festgeschraubt. Wir haben erstmal gucken müssen, ob der Platz so passt. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie ich diese Aufkleber drauf mache. Also, ich habe jetzt hier quasi diese Folie drüber. Die Transferfolie. Dann löse ich das Eck ab. So, genau. Ich staub erst mal das Ei ab. Das sollte sauber sein. So, und jetzt klebt ihr das quasi dahin, wo ihr es haben wollt. Und geht dann mit der Rakel nochmal drüber. So, und das war natürlich jetzt auch erstmal ein Versuch. Ich habe gar nicht gewusst, ob das auf dem Chasmonite gut hebt oder wie das ist. Und, ja, ihr müsst natürlich die Kanten super sauber hinkleben. Also, ihr seht gleich, ich habe jetzt zum Beispiel das eine Ohr von dem Hase nicht richtig festgeragelt. Dann bleibt es an der Folie hängen. So. Ah, ne, da ging es. Genau, habe ich es festgehalten. Ach, ne, das Bürzelschwänzchen habe ich nicht richtig hingemacht. Guckt. Muss man nochmal drüber gehen und dann hebt es. Und dann am besten von der anderen Seite noch abziehen. So. Und dann geht es. So. Und schon ist das erste Ostrei fertig. Was sagt ihr dazu? Ich habe es euch gleich auch nochmal abfotografiert, natürlich. So. Und auch das lasse ich euch jetzt ein bisschen schneller laufen. Weil das Prinzip ist natürlich dasselbe, gell? Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich immer die passende Farbe auf das Ei so mit drauf mache. Also rosa zu rosa, gelb zu gelb und so weiter. Aber man hätte es natürlich auch kunterbunt machen können, gell? Und man sieht natürlich jetzt durch diese Blüten, wo der Hase quasi so am Körper hat, sieht man natürlich den Hintergrund von den Marmorierten durch. Und dann hatte ich beim Entgittern ein paar Blümchen auf die Seite getan. Und die klebe ich jetzt da hinten noch mit drauf. Och, ich finde das so süß. Man kann das ja irgendwie alles nutzen. Und so sehen sie fertig aus. Und für euch jetzt gleich nochmal einzeln. Und so sehen sie dann. Und so sehen sie dann. und was sagt ihr dazu ja das ist doch total easy oder und so habt ihr wirklich ganz schnell ein ganz süßes geschenk und oder eine schöne deko also muss ja auch nicht immer alles verschenken man kann ja einfach mal für sich selber machen also von dem her ich hoffe euch hat das video wieder gefallen und ich danke euch fürs abo aktiviert doch das glöckchen und aktuelle news findet ihr natürlich immer auf instagram und wir sehen uns nächste woche wieder mit dem spannenden thema bis dann ihr lieben